Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und wir befinden uns gerade in der Luft und hier sind Freudenschüsse, denn wir haben es gerade geschafft da unten aus einer kleinen Lücke rauszufliegen, beziehungsweise der Papa-Bär, der hier auch im TS ist. Hallo Papa-Bär! Moinsen! Haha, Freudenschüsse hier! Ja Jungs, wir müssen landen, der Helikopter ist fast kaputt, ne? Okay, machen wir mal. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber wir können reparieren, also das ist nicht das Problem. Jo. Wir haben ihn zumindest da rausgekriegt, das ist das. Das war schon echt hohe Flugkunst. Das war echt super. Das war scheiß drauf. Nein, Bergfrüttel, wir können nicht drauf scheißen, weil den Benzin, der wird nämlich lang, das haben wir sicher, jetzt immer lang noch alle gehen. Okay. Ja, geh da runter, sonst lande ich auf dir, wer auch immer. Ich glaube, das mache ich jetzt noch voll absichtlich und so. Ja, genau. Jetzt reißt er weg. Aber der Helikopter fliegt auch mit. Ja, ich kann dich bannen. Ich kann euch auch bannen auf dem TS. Ja, fast alles rot, das reicht, das ist nicht normal. So, Engine auf. So. So, jetzt müssen wir Engine, Rotor und Instrumente brauchen wir eigentlich. Und Glas. Nein, nein, der Hülle ist noch grün. Sensationell. Aber Glas ist voll kaputt. Also bei mir steht, dass die Hülle noch drin ist, also brauchen wir das nicht. Okay. Gut, ähm, Marvin, du hast noch das Ding. Wunderbar, doch wunderbar funktioniert, oder? Den Rotor? Ja, ja, im Auto. Wo ist das Auto? Dann fliegt er vorne. Der Heli. Wir wissen ja noch an dem MG, der kann auch mal mithelfen, jetzt das Ding voll zu betanken. Ja, jetzt müsst ihr voll tanken, das andere an da. Da muss ich erstmal gucken. Hast du ein bisschen, nimmst du immer noch auf? Äh, ja, ich nehme noch immer auf. Oh. Das ist doch ein Freuden-Moment. Scheiße, Alter. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich den Haus kriegst. Ja, ich hab's auch, als ich gesehen hab, dass der so runtergegleitet ist, hab ich gesagt, Scheiße, jetzt ist es vorbei, jetzt explodieren wir gleich und weg. Aber als ich dann gesehen hab, okay, wir kommen hoch, wir kommen hoch, ja. Und jetzt bin ich glücklich. Ich aber auch. Übrigens, Red Apple fragt hier gerade, Ingame können wir jetzt alle? Reden, weil die haben sich alle gemutet. Ja, von mir aus, solange ihr nicht alle irgendwie jetzt reinquasselt und nicht die anderen ausreden lasst, dann ist mir das egal. Hier wird erstmal wieder rumgehuckt. Hallo. Oh, ihr seid süß. Ey, wer hat den Milikopter gestartet? Keiner. Achso, das sah ich. Ich auch nicht. Doch, das hat einer gestartet. Alles wieder grün, weil die Milikopter gestartet hat. Alles wieder grün, weil die Milikopter gestartet hat. Alles? Ja. Kommt ruhig, ich bin wieder ohnmächtig. Ich bin Gana, ich bin Gana, ich gehe auch an. Ich fliege, ich fliege. Ja, wir müssen erstmal das Ding jetzt aufhören. Jetzt, jetzt kommt, wieder ruhig jetzt da unten Benzin und das Scheißteil voll. So, ich muss aber gerade erstmal noch ein bisschen hier umrüsten. Aber einer muss das, äh, so Z-Fits zurückfahren. Ja, ja, ja. Du musst das ja nur mal aus dem Wald rausfahren und dann sagen wir ihm an Bimbo, der soll das machen. Ey, nimmst du eigentlich noch auf? Ja. Das hast du jetzt schon zum zweiten Mal gefragt. Ich beende da die Aufnahmen, also. Nein, ich hab, ich hab das nur nicht mitbekommen am ersten Mal, dass du antwortest hast. Ja, achso. Ich kann mich auch sagen. Achso, meine Kondisse sind leer, okay, das ist okay. Achso, ich sitz vorne als... Also, wir haben endlich den Scheiß auf der, ne? Und nach langer Buche? Ich kann auch mal die Chirikons holen. Aber niemand von uns hat wirklich erwartet, jemand den Helikopter anders weggenommen hat, ne? Weil eigentlich, guck mal, der müsste ja, heute muss der mit dem Ding geflogen sein, sonst hätte er ja nicht mal geflogen. Aber guck mal, den durch Zufall zu finden, alter. Aber Mr. Friendly hat ja auch in dem Forum auch relativ gute Argumente genannt, also, dass den kaum einen haben kann und da haben wir ja alle mit gerechnet, die kaum einer hat. Aber guck mal, keiner von euch hat den Helikopter fliegen gesehen. Habt ihr ja eigentlich schon die Leiche hier gesehen? Timo? Der ATV ist wieder zu, äh, ist wieder bereit. Ja, das ist mutig. Das ist sauer. Ey, aber warum hat er nicht mal den Helikopter einfach zu safen? Von daher ist er dann auch wieder grün. Ja, der ist doch jetzt wieder grün. Naja, aber es ist... Wie ist denn... Tatsächlich? Prost. Wie habt ihr die Scheiße wieder gemacht? Kann ich tanken. Wer hat den Helikopter vorhin, äh, repariert? Das geht gar nicht. Ihr müsst... Der Safedrift funktioniert wahrscheinlich, weil da ist viel kaputt. So schnell ging das. Ja, ja. Genau, okay. Dann habt ihr safe. Ja, dann mal mehr. Äh... Instrumente... Und den Main Rotor. Das Problem ist nur, wir müssen... Das Problem ist nur, wir müssen ziemlich viele Jerrikans reintun, weil wenn wir Restart machen, ist der leer. Muss ich nicht jetzt erstmal Restart mal gucken, ob der noch da ist? Ja, okay. Ne, 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 ne. Ich muss eben kurz auf das AT. Ich bring eben kurz das gelbe Auto wieder weg, äh, wieder zurück zum Punkt. Ähm, und, äh, nehme dann das AT. Ähm. Ähm, danach kannst du Restart machen, okay? Dann muss Joachim aber auch den Helikopter safen. Ja, stimmt. Weil ich bin auch geflogen, ich weiß nicht wie das zählt. Ich kann... Ich kann den in der... Ist der kann man den Helikopter zu safen? Ja, ne, ich... Das hatten wir eben gerade ansprechen. Jaja, aber... Ich helfe euch auch mal beim Auftanken. Ja, wir brücheln, müssen sich die Scheißdinger da reinmachen, ne? Ich sag euch, wie viel drin ist. Es ist jetzt über einen Strich. Also, ich bin nochmal weg, bis morgen. Ja, von der Ex-Tabend war. Ja, das ist da. Ja, dann kann man ja den, äh, URZ-Mont fahren. Mal zum Lader. Ja, ja, weil ich muss ja hier rauslaufen. Ja, muss erst mal den Helikopter, ne? Ey, also, ciao. Maren Wittler, äh, Servernachricht, sagen. So, wir haben den Helikopter, hier braucht mich suchen. Boah, da wär ja schweirei, Alter. Ja, böse. Wer läuft da, wer läuft da, wer läuft da, wer läuft da? Da kommt ein Typ auf die Suche. Nein, ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten auf dem Server Zatanis Abonnenten sind, und das wissen die dann schon alle. Genau, das wissen die dann schon alle. Oh ja. Und wir werden auch natürlich ab und zu mal über Cherno oder so fliegen. Und dann können wir versuchen, uns da mal schön rauszuholen. Und wem? Äh, Sauerei, Alter. Einhalb ist voll. Jetzt müsst ihr mir natürlich alles sagen. Irgendwie kann ich hier jetzt nichts mehr, äh, nachfüllen. Ich finde das in dem Bereich nicht mehr. Ja, hast du den Kalister in deinem Inventar drin? Ja, ah, jetzt da. Ja. Ich chunk die ganze Zeit vorne an der Schnauze. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber es klappt. Äh, ich finde es irgendwie relativ lustig, wenn du an so einem MG bist. Ey, warte, wie hast du das lieben? Ja, ist admin. Achso. Wenn der hier an so einem MG sitzt, faltet der seine Hände am Schoß und an seinem MG dreht sich einfach hin und her. Warte, lass mal ein paar Jerry Cannon raus. Lass mal ein paar Autowingen. Wir haben hier auch genug. Muck. Ja, aber. Muck. Unruher Skill. Muck. Wäre wegen Restart, wenn du nun kommt, damit der das Ding teiden kann. Ja, ja. Ist der Ding so langsam er voll? Ja. Noch nicht Restart. Nein, wir haben hier. Nein, wie vor mir. Nein, wir haben hier nicht Restart. Nein, kurz über die Hälfte. Wunderbar. Ey, ihr wisst schon dass der Sprit leer geht, wenn wir alles drin gemacht haben, ne? Ja, ne? Das ist schon mal ein Idiot. Ja, stimmt, sie hätte nicht erst Restart brauchen müssen. Ja, hab ich gesagt. Nein, nein, nein. Wir können doch hier das Ding erst noch zu Base machen, dann Restart, oder? Ja. Trotzdem. Trotzdem verkackt. Ja, das Problem ist, das Problem ist, das Problem ist, wenn Satani aufnimmt, wo wir hinfliegen, dann wenn da ein paar Zuschauer dann da hinlaufen, dann machst du da eben so ein Black Screen drüber. Yep, vielleicht nehmen wir es jetzt nach einem Server Restart auf, wenn wir nach Cuerna oder so fliegen. Ey, du nimmst College oder was? Ich nehme dann einfach nach dem Server Restart wieder auf und dann dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis dann jungs. Euer Satani. Wir sehen uns, tschüss!